Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmat TV. Vielen Dank an alle, die ganz neu da sind. Es sind auch schon einige ins Leaches Team eingetreten. Freut mich total mit dem Kanal. Läuft es gerade ganz gut, denke ich. Wir sind zwar immer noch winzig, aber es macht Fortschritte und macht mir Spaß. Es ist auch schön zu sehen, dass die Community wirklich was macht. Ihr seid der Hammer. Und ja, jetzt heute werden mal Fragen beantwortet. Hauptsächlich schachliche Fragen natürlich. Macht auch irgendwie noch keinen Sinn, so viele Fragen bei mich zu beantworten. Ich habe ja im Prinzip noch nichts geleistet. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Video. Es sind gute Fragen dabei und wir starten mal direkt rein. Und denkt bitte daran, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, liked das Video, folgt dem Kanal. Folgt auch dem Leaches Team, wenn ihr Bock habt. Also tretet dabei in die Gang und los geht's. So, die erste Frage war hier vom guten Dennis, dessen Partie haben wir übrigens auch analysiert. Ich spiele jetzt seit etwa einem Jahr Schach, habe auch eine Leaches-Wertung von ca. 16 oder einem Schnellschach. Jetzt habe ich ja das Gefühl, dass es nicht weitergeht. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich aus diesem Loch komme? Grüße aus Mühleim an der Ruhr. Schöne Grüße zurück aus normalerweise Köln, gerade Don Birn in Österreich. Und ja, ich weiß, ich kenne das Gefühl, bin auch einige Male in solchen schachlichen Löchern festgesteckt. Und ich kann natürlich, du hast jetzt nicht genau reingeschrieben, wie viel Trainingsaufwand du betreibst. Aber so generell, ihr kennt meine Lieblingstrainingsmethode, die ist Taktik. Also, kommt darauf an, wie viel Zeit du hast. Sagen wir einfach, du bist bereit, dir am Tag eine Stunde Zeit für Schach zu nehmen. Das wäre ziemlich viel, damit kann man sehr schnell Fortschritt machen. Aber du kannst, wenn du eine halbe Stunde hast, dann teilst du einfach alles durch zwei. Dann würde ich an deiner Stelle eine halbe Stunde am Tag Taktik machen. Das hört sich jetzt krass an, ist aber unglaublich wichtig. Am besten, zum Beispiel, ein Buch, das ist ziemlich gut, das ist The Woodpecker Method. Das ist auch schon für stärkere Spieler. Dürfte auch, könntest du, einige Aufgaben werden sehr schwer für dich sein, aber das ist ja in Ordnung. Jakob Argath, einer der besten noch lebenden Schachtrainer, meinte mal, Aufgaben sollten so eine Schwierigkeit von 110 bis 120 Prozent haben. Und das wäre da auf jeden Fall ziemlich gut. Gut, auch Lead Chess Tactics gehen, gibt noch Chess Tempo, die empfinde ich von der Qualität manchmal noch besser. Genau, das wäre der erste Teil. Dann würde ich aufpassen, dass ich nicht zu viel Schach spiele. Also ich weiß, Schach spielen, Blitzen, Schnellschach macht am meisten Spaß. Umso weniger Zeit, zumindest bei mir, umso mehr, aber dadurch wird man nicht wirklich besser. Was man machen kann, ist Trainingspartien spielen, zum Beispiel halbe Stunde pro Spieler und die dann ausführlich zu analysieren. Kostet aber so viel Zeit, dass man mit anderem Training viel mehr Fortschritt machen könnte. Also könntest du noch so ein Schachbuch dir kaufen, zum Beispiel über Strategie und das mal durcharbeiten. Gibt ein gutes Buch über strategische Aufgaben, das kann ich dir auch mal vorstellen. Also am besten mit Aufgaben üben, also nicht immer nur lesen, weil ich finde, wenn man so ein Buch liest, gibt es so oft, dass man das einfach liest, aber nicht richtig abspeichert. Was der allerschnellste Weg ist, um irgendwie Fortschritt zu machen im Schach, ist einfach Coaching, Privattraining. Den kann ich nur sagen, ich habe mein ganzes Leben lang Schachcoaching gehabt, habe ich heutzutage immer noch. Ich hatte immer einen Trainer. Dadurch wird man auch am schnellsten stärker. Geht natürlich auch selbst sehr gut. Aktuell trainiere ich auch nur noch einmal die Woche. Oder gerade aktuell gar nicht, aber normalerweise einmal die Woche. Zu meinen guten Zeiten zwei-, dreimal die Woche kostet natürlich einiges, je nachdem, wie stark der Trainer ist und wie gut er auch Training gibt. Die guten Trainer, die nehmen schon auch eine ordentliche Summe hin. Das hängt ja natürlich ab, wie viel man bereit ist zu zahlen. Aber so eine Stunde Training in der Woche könnte man hinkriegen und damit, das ist natürlich die absolute Abkürzung, um sehr schnell sehr stark zu werden. Also ich gebe ja auch Privattraining. Die Schüler, die ich aktuell habe, die haben die meisten jeden Monat wirklich deutliches Plus. Man sieht dann in stetigen Verbesserungen, einfach weil jemand das Training für dich übernimmt. Okay, du warst ziemlich lange diese Frage beantwortet, aber die war wichtig. Die nächsten werden nicht so lange dauern. Hier erstmal, atme ein, atme aus. Schöne Grüße. Hast die Aufgabe als erster gelöst. Sehr stark. Welche Trainingsmethoden haben dir besonders geholfen, im Schach besser zu werden? Überschneidet sich mit dem Gerade. Also als, so sagen wir mal so, bis ich so 13, 14, 100, DWZ Elo, also auf Leechs dann 200 mehr, hatte Taktik, 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 Taktik. Ähm, ich bin immer sehr, sehr wenig, äh, eröffnungsbewandert gewesen, auch heute noch meine, meine absolute Schwäche, ähm, das, äh, Eröffnung, aber das ist wirklich ganz wichtig. Übertreibt zum Anfang nicht mit der Eröffnung. So ein kurzes, äh, Repertoire, gut zusammengefasst, so auf meinem Kanal habe ich eins gemacht, ähm, das ist, das reicht völlig aus. Man muss sich da nicht überarbeiten, ähm, die Zeit einfach in Taktik stecken. So grundsätzliche Endspiele muss man kennen, man muss natürlich matt setzen können mit den Figuren, man muss auch, ähm, man muss auch so grundsätzliche Turmentspiele, Luzena, Filidor-Stellungen, die muss man kennen, die grundsätzlichen Bauernentspiele. Und dann, wenn man so, sagen wir mal, 16, 1700 Leaches hat, vielleicht auch schon 14, 1500, dann muss man wirklich anfangen mit, mit Strategie, Schachstrategie. Ganz, ganz wichtig, ähm, wie nutze ich Bauernschwächen aus? Wie spiele ich mit dem Läuferpaar? Was mache ich, was mache ich, wenn ich das Zentrum besetzt habe? Wie geht Königsangriff? Was ist ein Minoritätsangriff? Unendlich großes Thema, ähm, werde ich hier auf dem Kanal auf jeden Fall alles abklappern. Ähm, genau, und, also ich, wie gesagt, also ich hatte Privattraining, das ist, äh, mein Trainer hat mir da auch gut unter die Arme gegriffen, aber deswegen habt ihr auch mich hier auf dem YouTube-Kanal, ich versuche hier auch wirklich, äh, Training reinzuhauen und, äh, nicht einfach nur, also jeden zweiten Tag kommt ein, kommt ein, kommt auch meistens, also oft ein wirklich spezifisches Thema dran und ich versuche euch auch während dem Schnellschach, dem, meinen Schnellschach-Videos genau zu erklären, was sind die Pläne. Wenn ihr das jeden zweiten Tag schaut, dann werdet ihr auch sehr, sehr schnell Fortschritt machen, denke ich. Okay, nächste Frage von Jolly Roger, wahrscheinlich, ähm, danke auch für deine Kommentare, hast schon viel kommentiert. Meine Idee für ein Thema wäre, wie geht es im Mittelspiel weiter? Mhm, also danach, du hast ja bereits ein Weißrepertoire, ja, könnt ihr euch ja anschauen, das kann ich sehr empfehlen, ähm, und die Frage ist eben, wie es dann weitergeht, so mit strategischen Angriffszielen. Ähm, ich ertappe mich öfters in den Partien und denke mir, so aus der Öffnung bist du gut rausgekommen, alles sind wickelt, gedeckt, wie soll es nun weitergehen? Da würde mich deine Ideen und Vorschläge sehr interessieren. Super Frage, ist auch, ganz oft kommen, äh, Leute zu mir und, und fragen mich genau diese Frage. Ich muss jetzt leider ein bisschen enttäuschen, es hängt von der Stellung total ab, aber ich, äh, mag solche Antworten selbst auch überhaupt nicht, deswegen versuche ich da, äh, euch mal so einen Überblick zu geben, also, es kommt auf die Eröffnung an. Wenn man zum Beispiel, ähm, eine sehr positionelle, ruhige Eröffnung spielt, dann muss man Pläne kennen, wie man so langfristig, ähm, so die, äh, Position verbessert, zum Beispiel in bestimmten Strukturen dann am Damenflügel angreifen. Wenn man jetzt aber in London das System spielt, dann muss man die Pläne kennen, wie man, wie greife ich am König an, wie, was ist das Greek Gift Sacrifice, mit Läufer schlägt H7, ähm, ähm, oder wenn man diese E4, E5-Veröffnung kennt, dann muss man, ähm, dann muss man auch gut, äh, auf Königsangriff, ähm, sich gut vorbereiten, ähm, und generell, ähm, solche Sachen, man muss grundsätzliche Strategien kennen, zum Beispiel mit Turm auf die siebte Reihe. Und ich werde auch genau zu diesen Themen eine Eröffnungsserie machen, oder eine Mittelspielserie dann eher, ähm, habe ich mir schon überlegt, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ich muss mir aber erstmal, ehrlich gesagt, einen Plan machen, wie ich das angehe. Ähm, die Frage, ich habe auch sehr viel drüber nachgedacht, ist, äh, sehr, sehr wichtig, aber schwer zu bearbeiten. Aber das kriegen wir hin, ich, äh, gebe mir hier Mühe, und, ähm, ja. Meine Frage, was hältst du vom KIA gegen Sizilianisch? Der Königsindische Angriff. KID ist, äh, Kings Indian Defense, die Verteidigung. Ähm, das, ähm, Königsindische Angriff ist im Prinzip die Königsindische Verteidigung mit einem Tempo mehr. Das heißt, halte ich schon mal prinzipiell für eine sehr gute Eröffnung, habe ich auch Erfahrungen mitgemacht. Ich habe überlegt, ob ich in diesem Videoformat, ähm, auch mal so Partien zeige oder so, aber wäre natürlich, äh, zu lang geworden. Ähm, halte ich aber für sehr, sehr gut. Ähm, für diejenigen, die jetzt damit nichts anfangen können, es ist eben so, man, äh, spielt den Königsindischen, die Königsindische Verteidigung, also mit D6 und G6, ähm, und, äh, also vierenschertiert den Läufer und versucht dann am Königsflügel die Bauern nach vorne zu pushen. Dadurch, dass man einen Läufer, einen vierenschertierten Läufer vor dem König hat, ist es auch, äh, ist man selbst gut verteidigt. Das heißt, der Läufer übernimmt so ein bisschen die Funktion von Bauern, schaut aufs Zentrum. Und, ähm, ja, kurz zusammengefasst, super Öffnung. Das ganz Schöne daran ist, äh, ist auch, dass man eben sehr gut auf Sieg spielen kann. Die Stellungen sind asymmetrisch, ähm, ist natürlich auch riskanter, aber, ähm, finde ich sehr gut. Besonders eigentlich, finde ich, funktioniert, funktioniert es gegen Sizilianisch nur auf E4, C5, also Sizilianisch. Zum Beispiel, ähm, Springer F3 kann man hier auch spielen, wenn der Gegner mit E6 spielt. Also, gegen Sizilianisch mit E6, ähm, finde ich zumindest laut meiner Theorie funktioniert das sehr gut. Dann kann man direkt G3 spielen. Zeige ich euch. Habe ich auch gute Partien dazu. Nächste Frage, ähm, vom Maxometer. Hallo, wie schon von anderen vorgeschlagen helfen Kooperationen, ähm, mit YouTube-Streamern. Und er hat mich über Schachpanda entdeckt. Das erstmal vielen Dank. Ähm, ich würde auch gerne, äh, mehr so mit anderen YouTubern was machen. Ähm, ehrlich gesagt antworten die einfach die meisten nicht. Also, der Kanal ist einfach zu klein, dass die, äh, dass die darauf aufmerksam werden. Aber, äh, das ändert sich hoffentlich bald. Ähm, Schachpanda nochmal, liebe Grüße, ähm, hat mir super geholfen. Ähm, war ganz lieb von dem. Ähm, Schnellschachpartien gefallen dir. Schön, weil ich finde es auch gut, dass es unterhaltsam ist. Ähm, übrigens nochmal zu den Kooperationen. Wenn jetzt das Leaches-Team größer wird und wir dort wirklich Aktivität haben, dann stellen wir da auch eine Mannschaft auf die Beine. Und damit fordern wir dann die anderen, äh, Streamer- und YouTuber-Mannschaften heraus. Ich, da werden wir sicherlich auch, äh, gut abschneiden, weil ihr von mir gut trainiert werdet. Meine Frage, mit wie vielen Jahren hast du Schach angefangen? Mit fünf Jahren habe ich, äh, zuerst, ne, mit vier. Mit vier Jahren habe ich, äh, habe ich meine erste Schachpartie gespielt. Habe ich letztens ein Foto gesehen, äh, von meinen Eltern. Ähm, aber ich habe, bin erst mit neun in den Verein gegangen. Leider, ähm, war in meiner Grundschule nicht ganz so cool. Und dann, äh, bin ich da irgendwie davon abgekommen. Aber dann mit neun habe ich dann richtig durchgestartet. Ähm, muss aber auch sagen, ähm, ich will euch hier nicht, nichts, äh, will ehrlich sein. So, ähm, ich habe, ähm, die Zahl 2, 1, 2, 2 auch schon mit irgendwie 17, 18 erreicht. Äh, oder 19. Und dadurch, dass ich dann mein Medizinstudium angefangen habe, habe ich, ähm, dann nicht mehr so viel, ähm, trainiert. Was ein Fehler war im Nachhinein, hätte man noch irgendwie unterkriegen sollen. Ähm, aber mittlerweile, ähm, ist es auf jeden Fall nicht mein, nicht das, wodurch ich mich qualifiziere, hier einen YouTube-Kanal zu machen, nicht das Beste meiner Spielstärke. Also, da gibt es in meinem Alter deutlich stärkere. Aber es reicht trotzdem so für zweite Bundesliga in Österreich, deutsche Oberliga. Ich war auch letztes Jahr noch zweite deutsche Bundesliga. Aber ich glaube, ich kann einfach ganz gut Wissen vermitteln und, ähm, mit durch meinen Trainerschein und die Erfahrung, ähm, sollte das mit der doch ziemlich starken Spielstärke ausreichen. Ähm, aber, also, ich bin ja nicht der allergrößte Schachspieler aller Zeiten. Das ist auch, äh, jedem klar, denke ich. Ähm, genau, äh, wie bist du zum Schach gekommen? Ähm, mein Vater hat es mir beigebracht. Spielt auch, ähm, Schach, ähm, im Verein. Ist auch, ähm, recht starker Spieler. So, 14, 1500, ähm, DWZ. Und, genau, vielen Dank. Ähm, ähm. Hast du Tipps, wie man Kindern Schach näher bringt? Vielleicht hast du ja schon Kinder unterrichtet. Ja, ich habe, äh, aktuell auch zwei Kinder im Training. Habe auch früher bei uns im Jugend, äh, im Verein die Jugendabteilung mal geleitet. Oder, äh, nicht geleitet, aber, äh, hab da mittrainiert. Ähm, hab über die Zeit ziemlich viel Erfahrung mit Kindern. Habe schon zwischendrin ein paar andere trainiert. Ähm, es ist so, äh, ich habe am Anfang viel falsch gemacht, denke ich, und, äh, werde darin immer besser. Es ist, mit Kindern ist es besonders schwer. Die langweilen sich super schnell, ähm, und es bringt denen nichts, den jetzt einen Vortrag über irgendeine spezifische Eröffnung zu halten. Eröffnung finden die an sich, also wirklich Kinder, ich sage jetzt mal unter, unter Zehnjährige. Oder unter Zwölfjährige vielleicht, die noch nicht so stark sind. Die finden Eröffnung langweilig. Ähm, die finden an sich auch das Schachtraining meistens ziemlich langweilig. Ähm, das heißt, man muss sie irgendwie spielerisch dahin bringen. Was man zum Beispiel, es gibt solche Minispiele, sowas wie Bauernkampf, ähm, dann hat jeder drei Bauern. Der andere auch drei Bauern stehen sich gegenüber und, äh, die restlichen fünf, fünf Linien deckt man einfach ab. Und dann, äh, kann man die gut gegeneinander, äh, damit beschäftigen oder selbst gegen sie spielen. Oder, ähm, man macht irgendwie so ein Spiel, ähm, zum Beispiel, ähm, man stellt den Springer in die Mitte, ähm, legt so irgendwie Steine oder Papierkugeln aufs Brett, dass sie die, äh, die Bauern einsammeln müssen, dass der Springer immer mit einem Zug was schlägt und sagt ihnen, finde den Weg. Und dadurch lernen die halt dann sowas wie, wie zieht der Springer und so weiter. Hat man stärkere Kinder, wenn es dann Richtung Leistungssport geht, hatte ich auch schon, ähm, dann, äh, dann, äh, dann, es kommt da viel mehr Motivation von denen. Und dann macht es richtig Spaß, äh, die sind nämlich extrem lernfähig, ähm, also, dann, äh, dann kann man da, ähm, dann kann man da wirklich auch schon speziell trainieren. Man muss halt wirklich aufpassen, dass die dich auch verstehen. Also, es, Kinder, Kinder nicken oft, die wollen dann schon nur spielen, die ganze Zeit nur Schach spielen, das verstehe ich auch, äh, wollte ich früher auch, ähm, aber du musst aufpassen, dass sie es verstehen. Also, fragst du sie es auch ein bisschen ab und so und natürlich, wie man halt eben mit Kindern umgeht, äh, schön nett und freundlich sein, aber sie nicht, nicht die ganze Zeit, äh, jeden Scheiß machen lassen, ja. Aber, okay, ähm, so, Moragambit, nette Frage, ne, Spaß, ähm, ist cool, Moragambit, super Öffnung für diejenigen, die nicht wissen, was es ist. E4, C5, also Sizilianisch, und dann, äh, spielt man direkt D4, also beide Bauern im Zentrum, der Gegner hat den auf C5, ähm, ist ein sehr schönes Gambit, wenn der Bauer auf D4 schlägt, dann schlägt man nicht mit der Dame zurück, sondern, äh, sondern spielt C3. Okay, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, auf jeden Fall ein, ähm, ein Gambit gegen Sizilianisch, mit dem man so ein, zwei Tempi mehr bekommt und es gibt super gute Fallen und Moragambit ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist, äh, man kommt da gut mit Ausgleich raus, falls Schwarz am besten spielt, also, gibt auch sehr schnelle Siege. Ähm, hab ich früher und auch heute noch ganz oft im Blitz gespielt, ähm, mit guten Ergebnissen, hab aber nie so richtig die Theorie dazu gelernt, aber es reicht ja auf jeden Fall, dass ich ein Video dazu machen kann, werde ich auch machen, ist eine super Öffnung, Partien machen Riesenspaß, genau. Sehr, sehr, sehr schöne Öffnung. Ähm, so, haben wir nicht mehr viele Fragen, Leaches Team, ähm, hab ich jetzt hier jetzt keine Frage, hab ich euch nur mal reingehauen, folgt mal der Gang SchachmatTV auf Leaches, ähm, könnt ihr aktiv dazu beitragen, läuft schon einiges, wir machen da Turniere, wir wollen an den, äh, an den Streamer-Turnieren teilnehmen, mit einer Mannschaft, und da könnt ihr euch echt beteiligen, der Kanal ist so klein, wenn ihr so früh dabei seid, baut euch da ein, das ist gut. Machst du demnächst mal ein Erklärvideo zu Sizilianisch, hab ich jetzt nur Videos gegen Sizilianisch gefunden, ja, ähm, steht auch auf der Agenda, ist ja, ist ja klar, also Sizilianisch ist die kämpferischste Eröffnung gegen E4, würde ich sagen, ähm, und viel Erfahrung hab ich mit dem beschleunigten Drachen, ähm, falls ihr das nicht sagt, schaut euch das Video dann an, ähm, ist mit dem Läufer auf G7, so 4 in Chateau, ähm, da gibt's sehr viele Tricks, da kann man auch sehr schnell gewinnen, und, ähm, ich hab auch mal ein bisschen Timer noch, also auch mit E6 gespielt, ähm, genau, kommt auf jeden Fall auch. Wie viel trainierst du? Sehr gute Frage. Früher, so ziemlich, naja, ganz früher, äh, ganz früher nur einmal am Freitag, einmal die Woche so lang, bis ich irgendwie 12, 13 war, dann so 2, 3 Mal die Woche im Privattraining, gar nichts selbst gemacht. Was selbst zu machen, hab ich erst mit 17 angefangen, ähm, dann ein Jahr lang sehr, sehr intensiv, dann hab ich, bin ich da auch sehr stark geworden, und mit 16, 17, ähm, war auch sehr effektiv, und, ähm, ja, seit meinem Studium ungefähr einmal die Woche Privattraining, und, wenn ich mal Zeit finde, nehm ich mal, äh, Taktiken oder, oder ein Schachbuch und mach was, ähm, was ich aber in letzter Zeit gemerkt hab, ist einfach, dass mein Eröffnungsrepertoire, die meisten Partien bei mir scheitern tatsächlich an der Eröffnung, ähm, das ist keine, keine faule Ausrede irgendwie, sondern das ist, äh, traurige Wahrheit, das ist sogar ziemlich peinlich oft, ähm, also, es, ich kann schon gut Eröffnung spielen, so, ähm, gegen, ähm, wo Einser oder auch gegen welche in meiner, ähm, Stärke gibt's da keine Probleme, aber um so von meinem Niveau aus stärker zu werden, muss man ja auch mal gegen noch deutlich stärkere gewinnen, klappt auch ab und zu, aber es gibt einfach auch, zum Beispiel mit Schwarz spiel ich Slavisch, und das ist eben eine Eröffnung, wenn der Gegner Abtausch Slavisch spielt mit Weiß, dann musst du dich perfekt auskennen, um Remi zu halten, wenn du dich nicht perfekt auskennst gegen einen Großmeister, dann nimmt der dich da auseinander, und, ähm, genau, also jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber es ist so, ähm, ich, im Moment versuche ich eigentlich fast nur noch mein, mein Repertoire irgendwie zu verbessern, ähm, genau, da habe ich mir ein Buch gekauft, ähm, von Michael Prusikin, mit dem habe ich früher auch mal trainiert, ähm, und, ja, ich hoffe, äh, hoff das wird. So, vielen Dank für alle, die jetzt, äh, bis jetzt durchgehalten haben, ihr seid wirklich eine Hammer-Community, ihr unterstützt mich, es macht richtig Spaß mit euch, euch, liked das Video, folgt dem Kanal, ähm, ja, freue mich überall auch nur über eine kleine Spende, aber ist natürlich kein Muss, und, ähm, ja, dann noch einen schönen, schönen Tag, ciao!